Grüßt euch, ich bin die Lecker Julia und ich habe eine Lehre als Elektrotechnikerin und Anlagen- und Betriebstechnikerin bei der Salzburger KG gemacht. Und wenn ihr auch ein technisches Interesse hättet, dann meldet ihr euch einfach bei dem Link da oben an. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 26. April beim Girls Day sehen würden.